Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Mission Meister und Schüler steht an, dann wollen wir mal... und eine Kamerafahrt. Oh, das ist aber ein schöner Fluss. Aber wo sind meine Truppen? Das sind doch gar keine. Ach, da oben sind sie. Die Truppen des Prinzen müssen exakt hier durch. Korrekt. Hier können wir sie von oben angreifen. Und die Pfade zu uns hoch sind zu schmal für ihre größeren Mechs. Ich will befestigte Stellungen im ganzen Tal. Wir halten sie möglichst so lange auf, bis der Dreck weg ist. Dann ziehen wir uns zurück. Lass sie jeden Meter teuer bezahlen. Die brauchen zehn Mann für jeden von uns. Aber Ressourcen sind knapp hier oben. Also, sterben wir so oder so? Ja, das ist keine gute Aussicht. Hier haben wir eine Chance. Bereiten wir Ihnen einen heißen Empfang. Äh, na gut. Raus damit. Was habe ich denn alles? Eisenmine, nehmt sie ein. Ein Mörser mich. Sollen die jetzt irgendwie hier nach oben? Ich habe ja überall Einheiten verteilt. Ihr seid kampfbereit, dann nehmt mal die Eisenmine. Ihr genauso. Basis habe ich. Das sieht schön aus. Fehlkanone. Das klingt nach einem Plan. Wo habe ich denn meine Pioniere? Und hier gibt es ja auch noch so viel. Ah, da sind Pioniere. Nehmt das mal ein. Sagen Sie uns, was wir tun sollen. Äh, ran ans Öl. So. Hier steht auch nur rum. Haben wir noch irgendwas? Da haben wir noch ne Ölpumpe. Ich glaube, da geht noch niemand hin. Hier sind aber auch noch so viele Fässer. Wir brauchen jedes Stück Eisen, das wir finden können. Ja, das sehe ich auch so. Du lauerst in den Schatten. Das freut mich aber. Ich mache noch einmal Pioniere. Und dann was brauche ich denn? Oh, Mist. Kann ich mir nur einkaufen gerade. Das ist nicht so viel. Wo ist denn meine Brunhilde? Wo bist du? Weiß ich nicht. Steht die nicht irgendwo hier? Da steht sie. Glaubt, die setzen wir mal hier an die Brücke. Ja, das ist doch ein super Plan. So, Pioniere. Ich brauche Bunker. Und zwar irgendwo. Wahrscheinlich hier über die Brücke. Ja, das will ich hoffen. So, ihr habt es eingenommen. Wunderbar. Dann nehmt ihr hier noch das Eisen. Ihr müsst glaubt was bauen. Oh, da gibt es noch ne Brücke. Und hier gibt es auch nen Engpass. Dann macht doch hier auch noch ein Bunkerchen, bitte. Und zwar in diese Richtung. Und ihr kommt dann in den Bunker. Das passt ja perfekt. Und ihr seid hier. Das heißt, ihr könnt noch das Eisen kurz holen. Holt ihr gerade was? Uh, da stehen auch noch Ressourcen rum. Äh, was brauche ich denn noch? Ich hätte gern Raketenwerfer, Jungs. Oder Flammenwerfer, Jungs. Nehmen wir mal die Panzerbrecher, Kanoniere. Die sollen sich irgendwie in der Mitte sammeln, sonst verliere ich den Überblick. Ihr seid bereit. Wunderschön. Was könnt ihr? Nix. Gut, ihr sammelt das ein. So, ihr baut das. Ihr habt das gebaut oder ihr seid noch am Bauen. Machen wir ihnen dieses Tal zur Hölle auf Erden. Ja, das hoffe ich doch. Da müssen aber auch noch gute Jungs rein. Vielleicht noch hier. Na gut, die schützt hier den Bereich. Da müssen unbedingt Jungs rein. Schnell. Wir brauchen mehr Truppen, mehr Ressourcen, mehr Befestigungen. Mehr alles, also. Mehr alles kommt. Gebt mir nur ein bisschen Zeit. Sonst wird das hier nix. Da steht auch noch was rum. Jungs, wo seid ihr alle? Da sind noch welche. Ihr seid kampfbereit. Ihr auch. Achso, ihr seid die Panzerbrecher. Ihr kommt da rein. Upgraden. Alle da rein. Hier stehen doch auch noch welche rum. Schön einsammeln. Boah, ich stehe hier ein bisschen unter Stress. Kannst du aufbauen? Aufbauen. Na, hoffentlich. Bisschen später für schon. Kann mir nix leisten, aber ich kann zumindest Eisenminen Club irgendwann upgraden. Oh, ich muss das unbedingt sichern hier. Das ist ja die einzige Eisenmine, die wir wirklich haben. Sammelt das Eisen bitte ein. Oh nein. Idioten. Das ist nur die Vorhut. Die wollen den ganzen Ruhm für sich allein. Das ist die Vorhut? Oh, oh. Ein Teil davon. Nur Mut, Leute. Nur ihr seid es, die zwischen den Menschen in unserer Obhut und der Vernichtung stehen. Ja, das ist ein toller Gedanke. Ich kann doch nicht, wenn ich unter Druck stehe. Hier sammle Zeug ein. Oh, da habe ich noch gar keine Truppen drin. Wo habe ich denn Truppen? Raketen. Mist. Mist. Feindbeschuss. Oh, da oben. Komm schon. Oh, nee. Und da müssen schnell Leute rein. Artillerie. Äh, keine Artillerie. Die kommt rein da. Gut, Bunker dahin. Da unten ist gerüstet. Kann auch nicht verstärkt werden. Aber irgendwie müssen sie die Eisenmine hier schützen. Schnell zur Eisenmine hier. Das Imperium benötigt alles. Das Imperium versucht uns auch gerade auszuschalten. Oh, hier gibt es ja auch noch zwei Sachen, die wir einnehmen müssen. So langsam würde ich aber auch gerne Mix machen. Egal. Kaserne wird erstmal abgegradet. Komm schon. Oh, nee. Komm schon, Brunhilde. Du schaffst es. Du musst zurück. Ja, die schießen gerade alle auf uns. Komm schon. Wir können die ganze Infanterie ausschalten mit einem gezielten Mörserschlag. Komm, 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 komm. Mörser. Artillerieschlag. Dann berechne mal die Flugbahn. Nein, mein Mech ist bald down. Mein Mech. Die hauen den weg. Der ist vielleicht zu ungedeckt gewesen. Komm schon, bevor... Nein. Der ist draufgegangen. Genau das sollte nicht passieren. Oh, nicht meine Eisenmine. Aber sowas von eröffnet das Feuer. Komm, ihr sammelt euch. Nein, nicht die Eisenmine. Nein, das ist das Beste, was ich habe. Wo kommt ihr denn da hinten her? Ja, das kriege ich gerade mit. Das gefällt mir hier alles gar nicht. Ich kann doch hier nicht alles selber managen. Bunker. Mist. Mist. Die Eisenmine verliere ich. Und das war eigentlich das Wichtigste. Sieht nicht gut aus. Sprengladung. Komm schon, Sprengladung. Sehr gut. Detonieren. Ja. Komm schon. Das sieht gut aus. Ein Glück sind die Helden so großartig gerade. Komm schon. Ja, wir werden alle gebraucht. Brunnhilde schon im kritischen Bereich. Was soll denn das? Und mein Bunker ist, glaube ich, da ist er. Nein, Brunnhilde ist down. Bester Mann. Beste Frau. Oh, nee. Jaguar, greif an. Greif doch an. Oh. Da haben sie mich ganz gut. Da haben sie mich ganz gut bekommen. Komm schon, ihr Ise Grims. Was brauche ich eigentlich, um meinen Heel zurückzuholen? Ach, nur 550 Eisen. Wenn es weiter nichts ist. Attacke. Ja, einer nach dem anderen. Aber bitte schnell. Komm, Heiligen hoch. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Das ist ja klasse. Komm schon. Wir müssen hier auch alle Mix plündern. Schaffst du das? Ja. Mörser ausschalten. Ausschalten. Plan ist ab. Ja. Ich brauche Pioniere ganz dringend. Das finde ich sehr schön. Wer seid ihr? Da unten bringt ihr mir nichts. Her. Ab ins Getümmel. Du sammelst das ein. Du sammelst das ein. Komm schon. Ich brauche meine Pioniere. Oh, da kommen ja die Nächsten. Äh, Informationen besagen, du hast nicht genügend eingesammelt. Und zwar nicht schnell genug. Ja, das ist Pech. Komm schon. Schalte den Mörser aus. Ja. Sehr schön. Erste Bälle überlebt. Das glaube ich. Mach ich doch schon. Und wir brauchen mehr Männer und stärkere Befestigungen. Neues Primärziel erhalten. Noch stärkere Befestigungen. So, Pioniere. Pioniere. Oh, nur die Pioniere. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ihr repariert die. Du sammelst das. Ja. Wo sind denn die anderen Frags? Gleich meine eigenen Frags sammeln. So, ich brauche nochmal Pioniere. Die müssen auch ordentlich bauen. Sehr schön. Isegrim sammelt euch. So, wo sind denn alle? Ihr werdet repariert. Ihr seid Grenadiere. Es ist uns eine Ehre, alles zu bauen, was das Imperium benötigt. Wo kriege ich denn hier 500 Frags hier insgesamt? Oh, die Eisenlinie darf ich echt nicht verlieren. Sonst bin ich richtig am Boden. So, die Pioniere sind da. Ihr seid da, um zu dienen. Weiß immer noch nicht, was so wirklich der Unterschied ist zwischen Unterstand und Schrapnellunterstand. Effizient, effizienter Bunker heißt das, okay. Dann kommt der effiziente Bunker mal da hin. Oder hier hin. Komm schon. Nein! Abbrechen. Ja, zumindest kriege ich die Ressourcen zurück. Dann könnt ihr das bauen. So, jetzt aber. Da bin ich mir zwar nicht so sicher, aber... Ich mag euren Enthusiasmus. Komm, die geht da oben hin. Ich habe keine Gesundheit für dich. Du bleibst einfach da. Und dann brauche ich Minen. Zum ersten Mal sind die Minen ja richtig gut. Und dann brauche ich wieder hier diese Anti-Mech-Teile. Kann ich nicht machen. Nein, die kommen schon wieder. Komm schon, dann geht ihr da rein. Und ihr schön die Minen legen. Da bin ich mir nicht so sicher. Na gut, du kommst da oben hin. Und der Schreiter auch. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, die Sturmtruppen, die fährt sich mal hier zur Eisenmine. Komm schon. Schneller mit den Minen. Können hier oben bleiben. Pioniere bereits für Sie aber. Komm, mehr Minen. Ja. Ich habe das Gefühl, die sind nicht ganz gut platziert. Die sind nicht ganz ideal platziert. Aber Brunhilde ist gut platziert. Komm schon. Da kommen noch einige. Ja, das ist doch schön. Hier auf jeden Fall auch eine Mine hinten. Da kommen sie. Komm schon. Kommt alle in den Radius. Dann kann ich euch ausschalten. Oh, schaut mal, wie viel das sind. Mörserschlag. Komm schon. Mörserschlag. Du sollst mit deinem Mörser zuschlagen. Wieso läuft das denn nicht? Artillerie. Rückzug. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ihr sammelt euch da oben. Komm, MGs. Zweimal MGs. Held ist gefallen. Welcher Held? Komm schon. Artillerie. Ach, das ist, glaube ich, der Mindestradius des Blow, oder? Brunhilde ist down. Schau wieder. Komm schon. Mien. Macht was. Den hält man auf jeden Fall. Obwohl, die kann hier schön... Nein, meine Trupps. Angriff. Komm schon. Ja, platzier mal das Geschenk. Oh, sind das viele. Komm schon. Und spreng. Oh, krieg ich ne volle Breitseite ab. Ein Held ist außer Gefecht. Nein. Der zweite Held außer Gefecht. Welches Gebäude wird angegriffen? Oh, das steht noch überraschend gut. Feindliches Artilleriefeuer. Mehrere Feinde ausgemacht. Ja, komm von oben. Da stehen die MGs richtig gut. Da stehen sie echt richtig gut. Schaut euch das an, das Gewimmel. Komm, wie viele MGs habe ich noch? Nicht so viele. Feindliche Einheit ausgemacht. Komm schon, MG-Trupp. Und noch ne MG-Trupp. Am besten hier nach oben. Ja, das krieg ich mit. Komm schon. Brunhilde wird nachbereitet. Mörser-System wird auch wertvoll sein. Setz ich selten ein. Aber... Das muss jetzt sein. Granate reinwerfen. Oh Mist, meine Eisenmine. Attacke. Die Eisenmine muss halten. Ach, das sind alles Feinde. Na gut, dann vergess das. Ja, die Brunhilde schafft das, glaube ich auch. Komm schon. Das schafft ihr. Rauch. Sehr gut. Sind wir ein bisschen geschützt. Nein. Die Mörser haben mich sofort ausgeschaltet. Rückzug. Ach, nee. Ach, nee. Komm schon. Bleib da. Anscheinend ist der... Ach, es gibt zwei blaue Radi. Attacke. Das eine war definitiv zu nah. Komm schon. Ihr werdet überall gebraucht. Schaltet die Mörser aus. Du bleibst genau hier stehen. Ui, ui, ui. Ich würde die erstmal gerne upgraden. Ja, das ist nicht gut. Das sehe ich auch so. Reparier mal. Reparier mal das. Ja, und welche? Oh. Wieso haben die denn so viel Zeug? Ich dachte, ich hätte das meiste Zeug. Artilleriebeschuss. Wir... 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 Mist. Gegen den Artilleriebeschuss müssen wir unbedingt was machen. Komm, ich brauch Gruppen. Ich brauch Easygrims. Ich brauch die Tüten. Der Feind greift uns an! Ja, die sind mit ihren Mörser-Systemen natürlich relativ gut da. Das ist sehr schön. Held können wir natürlich auch zurückholen. So, ihr repariert das nochmal. Einfach so. Ja, das Mörser-System müssen wir dringend jetzt ausschalten. Aber Gunther kriegt das hin. Ich hab vollstes Vertrauen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Komm schon. Das sieht gut aus. Komm schon. Lenk mal die Mörser ab. Und Attacke. Ja, das hat Schaden gemacht. Sehr schön. Es ist aufgebaut. Baut's auf. Obwohl ihr seid zu sehr an der Klippe. Euch sieht mal. Abbauen. Ach was. Nein, Brunhilde, du bleibst. Nein. Gunther. Du bist runtergefallen. Ja, 6. Und die braucht euch. Das ist Sturmtruppen. Und da unten gibt's auch welche. Ah, da hab ich zumindest Ease-Grims. Komm schon, Rauch. Rauch. Ja, ich hoffe doch. Komm schon. Aufbauen. Attacke. Und aufbauen. Und auch Attacke. Komm. Ja. Ihr seid stets bereit. Das ist wunderschön. Ich bin grad nicht bereit. Nein, auch da ist die Befestigung weg. Eisenmine futsch. Das ist die zweite gute Eisenmine. Attacke. Mist. Da haben wir ja mehr. Verbesserte Kaserne bringt mir grad nix. Okay, ihr kommt her. Wir müssen Sachen ausschlachten. Genauso wie ihr. Ihr repariert hier noch. Wieso könnt ihr nicht reparieren? Weil's nicht kaputt ist? Komm schon. Held wieder beleben. Und schön Ressourcen. Ressourcen aufsammeln. Und du belebst ihn wieder. Komm schon. Hier müssten so viele Michschleichen liegen. Wo hab ich mein Notizbuch? Dann weiß ich nicht. Gibt neue Informationen? Komm schon. Der Hund hat noch ein paar Trickshofflager. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Auf der Stelle. Höhen rüber, schön rüber. Wo sind denn die ganzen Michschleichen? Guter Plan. Vielleicht hier drüben. Das kann ich nicht aufsammeln. Sturmtruppen bereit. Dann mal los. Ich glaube, die zweite Welle kommt irgendwann auch in der Basis an. Wir gehen mal Richtung große Eisenmine. Achtet nicht auf mich. Ja, die feindlichen Einheiten kommen von hinten. Direkt aufs Hauptquartier. Bereit für Mission-Sie eine Teilung. Feindliche Einheit ausgemacht. Da kommen sie. Mist. Nicht die Kaserne. Wotan bereit, den Feind zu dezimieren. Ja, dann dezimier mal. Aber schnell. Pronto. Wir verschwenden hier nur Zeit und Munition. Nein, ihr verschwendet keine Zeit und Munition. Feindliches Artilleriefeuer. Wir müssen definitiv hier den Berg bemannen. Jetzt weiß ich ja, wo wir hin müssen. Was ist mein Ziel? Unsere Position wird man hier. Das Imperium zu verteidigen. Komm schon. Ihr schafft es. Ja, das passt. Sammelt ein, was geht. Ihr nehmt hier Eisenmine. Ja, ja. Tilt. 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 So viel, wie ich kriegen kann. Komm schon. Mach die Mörser weg. Der Rest kommt von ganz allein. Angriff. Und nochmal Raketen. Komm schon. Komm schon. Komm, der ist Baston. Baston. Komm, komm, komm. Ja. Würde ich auch sagen. So gut es geht. Und macht alles bereit für den nächsten Ansturm. Diesmal werden sie alles und jeden gegen uns aufbieten. Oh, nee. Neues Primärziel erhalten. Oh, nee. Okay. Aber. Das ist eine gute Stellung hier. Das ist eine gute Stellung hier. Du einsamer Typi, sammelst das da ein. Sturmtruppen brauche ich gerade nicht. Mörser habe ich genug. Pioniere bräuchte ich noch einmal. Der Schreiter kommt hier oben hin. Gehne mich dorthin. Raus damit. Ich müsste dich eigentlich heilen, aber ich habe keine Ahnung wie. Die große Eisenmine passt. Komm schon. Das ist schön für euch. Ihr bemannt das MG auf jeden Fall. Wo sind Pioniere? Ihr seid leider alles, was ich habe. Und so viel Eisen habe ich nicht. Wir können natürlich nochmal eine Schrappennählstellung machen. Die bringt auch nur so viel. Nein, nicht dahin. Abbrechen. Ich verletzt. Bokar hier. Ich vergesse immer, wie ich die gescheit platziere. Ich muss es gedrückt halten und dann klappt es. Na, hoffentlich. Mörser haben wir zumindest hier. Kannst du dich nicht irgendwie regenerieren im Hauptquartier? Oh, guck mal. Da gibt es noch Eisen. Was brauchen wir denn noch? Feldkanone können wir auch eventuell da oben platzieren. Oh, ihr könnt ja noch was machen. Ihr könnt hier nochmal. So, die Sturmgruppe ist hier nicht mehr wirklich gut besetzt. Gut bestückt. Gut, der sammelt das ein. Kann ich dich nicht irgendwie... Nein. Das war nicht genügend Zeit. Niemals. Ja, ja, natürlich. Oh, wie viel Mex haben die denn? Da bin ich mir nicht so sicher. Gar nichts, weil du es bist. Das sehe ich auch so. Heil dich mal. Sturmtruppen bereit. Sturmtruppen erhalten verstärkt. Neue Informationen. Befehle? Äh. Panzerbrecher, kanoniere. Mist, hab ich wenig Soldaten. Raus damit. Defestigung bereit. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Panzer, ein Schuss. Was machst du da oben? Ich brauch dich hier. Was benötigt das Imperium? Habe ich wieder einen Bunker? Rein da. Wir haben schon schweres repariert. Das ist schön, aber habt ihr es auch mit wenig Ressourcen repariert? Komm. Da rein. Ich bin bereit. Nach da drüben. Warten auf Anweisung. Etliche Feindeinheiten in Sicht. Bereit für Befehle. Ja, ja, ja. Ich brauch euch mal hier zurück. ran ans NG. Komm schon. Das muss jetzt klappen. Oh, Hilde. Feuer. Solange das funktioniert. Oh, da gibt's so viele. Na, immerhin. Und hier kommt im Moment nix. Komm, ich brauch das NG da unten. Du platzierst hier einfach mal einen schönen Sprengstoff. Hast du es geschafft? Noch nicht. Uh, geht's hier zur Sache. Sprengstoff. Sprengladung. Ja, ich sehe, dass es ungemütlich wird. Schön durchhalten da unten, bis du es platziert hast. Komm schon. Schaffst du es nicht, das zu platzieren? Shit. Mist. Und Brunenhilde hat ihr gutes Pulver verschossen. Ah, zumindest der Kanonenturm ist Gold wert. Ist der aufgebaut? Baut auf! Mist. Zumindest kommt ein bisschen Eisen rein. Komm, ihr müsst Brunenhilde jetzt helfen. Ihr müsst Brunenhilde helfen. Verlasst das NG. Mist. Reparieren. Komm, reinfeuern, Brunenhilde. Einmal geht noch. Komm, komm, komm. Schlägt das bald ein. Nein, Brunenhilde. Rückzug. Jungs, Rückzug. Boah, aber das Mörsersystem da oben ist Gold wert. Da hätte ich zwei hin machen sollen. Feindliche Einheit ausgemacht. Der Feind nimmt unsere Befestigung ins Visier. Ja, das sehe ich. Da ist ja Prinz Wilhelm. Wo ist meiner? Wo ist meiner? Du sollst regenerieren. Sehr schön. Gegen Wilhelm. Er war doch immer so schön schwach. Brunenhilde ist wieder da. Die Verdorbenheit sitzt tief. Aber ich bilde sie los. Von wegen. Ihr macht hier gar nichts. Bist du nicht. Oh, oh. Das stimmt allerdings. Die Verwundeten und dann los. Boah, haben wir es geschafft? Ja, dann haben wir uns die Videosequenz heute wirklich verdient. Das ging nämlich schneller als gedacht. Vor allem die dritte Welle. Ich habe nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ja, ist ja gut. Eine Medaille, eine kümmerliche. Fortschrittsbalken müssen auch sein. Ja, wunderbar. Komm schon. Da kommt sie ja unsere schöne Videosequenz. Hoffe ich zumindest. Da ist sie ja. Menschen, die gebeutelt. Ich glaube, das sind wir. Ja, da ist hier Brunenhilde. Ist bestimmt richtig unbequem da oben. Echt gebeutelt allesamt. In einem der Mechs ist sicher noch Platz für einen alten Mann. Wenn ich einen alten Mann sehe, richtig ist es aus. Wir sind fast dran. Teslas Fabrik liegt irgendwo hinter diesen Hügeln. Riskant auf die Gastfreundschaft eines Einsiedlers zu setzen, der Eindringlinge gerne mal grillt. Tesla hat früh vor Fenris gewarnt. Er will sicher nicht allein gegen sie kämpfen. Wollen wir es hoffen? Was warten Sie, Fräulein? Und hier in Teslas Stadt läuft dann, glaube ich, alles zusammen. Boah, ist echt schon heftig, die Gefechte hier. Ja, ganz gut für meine Thumbnails. Zumindest für die Episode. Ach, so viel Krieg und Zerstörung. Das muss doch nicht sein. Habt ihr es mal mit Wettpinkeln versucht? Keks wixen, irgendwas. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh. Ach, verdammt. Zuboff muss bereits auf dem Gelände sein. Na dann los. Worauf warten wir noch? Halt! Gunther von Duisburg. Ich bin überrascht. Wie kann ich Ihnen helfen, Kommandant? Man nennt sie den Kaisermörder. Wenn das zutrifft, stehen wir nicht auf derselben Seite. Sie kämpfen gegen Lev Zuboff, auf einen Russwirt-Kolonel, der heimlich für eine Organisation namens Fenris arbeitet, nicht? Sie steckt hinter den Vorgängen in Polania, dem Angriff auf den Zaren in St. Petersburg und ebenso hinter dem Mord an Kaiser Friedrich. Wir haben diese Menschen aus Saxony hergeführt und wollen Fenris aufhalten. Und zwar mit allen Mitteln. Sie sehen aus, als könnten sie Hilfe brauchen. Unsere Männer sind müde, aber jetzt ist keine Zeit zu rasten. Geht diese Schlacht verloren, ist Fenris nicht mehr aufzuhalten. Ich habe gegen ihre Truppen gekämpft in der Schlacht von Stargard. Ich bitte nicht um Vergebung. Ich will nur helfen, den nächsten Krieg zu verhindern. Und ich nehme ihre Hilfe an. Sehr schön. Hast aber ein schönes weißes Pony da. Na gut, damit sind wir am Ende von der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.